Am Freitag habe ich Gerrit Beiner eingeladen. Hallo Gerrit. Hallo. Gerrit, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, gerne. Gerrit Beiner ist mein Name. Ich bin von Haus aus gelernter Informatiker. Seit 2011 für den ISA QB unterwegs als Boardmember, Prüfer für den Advanced Level. Und seit ungefähr zehn Jahren beschäftige ich mich auch immer wieder mit der Grenze zwischen Software-Architektur, IT-Architektur und dem, was wir aus den Sozialwissenschaften lernen können. Soziologie, Psychologie und wie sich das so auswirkt und wie das so zusammenspielt. Das ist so mein Steckenpferd. Genau. Und damit hast du auch schon genau gesagt, worüber wir am Freitag sprechen werden, nämlich genau dieses Thema Soziologie und Sozialwissenschaften und was das eben für uns bedeutet als Software-Architektur in der Softwareentwicklung. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag. Ich freue mich. Und vielen Dank, Gerrit, schon mal. Prima.